Die Tritemius-Verschlüsselung ist der mehrfach ausgeführten Cäsar-Verschlüsselung recht ähnlich. Auch hier wird der Klartext mit mehreren Geheimalphabeten verschlüsselt. Dazu benötigen wir zunächst ein Klartextalphabet. Danach erstellt man seine Geheimtextalphabete. Die Geheimtextalphabete werden wie folgt gebildet. Ihr nehmt einfach ein gewöhnliches Alphabet und verschiebt es eine Stelle nach links. Das zweite Geheimtextalphabet sind zwei Stellen nach links, das dritte drei Stellen nach links und so weiter und so fort. Nun möchte ich euch zeigen, wie man mit Hilfe der Tritemius-Verschlüsselung ein Wort verschlüsselt. Nehmen wir Krypto. Nun gehen wir zum ersten Buchstaben unseres Klartext-Wortes K. Es steht an erster Stelle, also benutzen wir das erste Geheimtextalphabet. Dann gehen wir weiter zum Buchstaben R. Es steht an zweiter Stelle, also das zweite Geheimtextalphabet, dritte Stelle mit dem dritten Geheimalphabet und so weiter und so fort. Haben wir alle Buchstaben unseres Wortes verschlüsselt? So sind wir fertig und können unseren Geheimtext verschicken. Jetzt könnt ihr die Tritemius-Verschlüsselung benutzen, um geheime Nachrichten zu schreiben. Übrigens, diese Tabelle nennt sich Tabula Recta und wurde von Johannes Tritemius erfunden. Er lebte von 1462 bis 1516. Außerdem schrieb er die ersten deutschen Bücher, die sich mit der Kryptografie beschäftigen. Jetzt macht euch an die Aufgaben. Bis zum nächsten Mal. Euer Krypto! 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 Bis zum nächsten Mal.